Für die Freiheit! Die Ahnen rufen uns! Stand halten, Männer! Oh, wow, wow, wow. Vorsicht, Gegner! Shit! Die Ahnen rufen uns! Kommt nur her! Ja, unser erster Tod. Kommt nur her! Tote wollte ich eigentlich vermeiden, bis zu dieser Stelle. Vor allem, weil in der Zeit kann ich nicht reagieren. Komm mit bestem Schritt voraus! Ich weiß, es ist lame, aber die Zeit nehmen wir uns. Und sie dieses Mal vorsichtig kommen, um einiges vorsichtiger. Und los! Nur zu! Auf geht's! Kampfzeit! Mit festem Schritt voraus! Schnell! Mir nach! Das war nämlich nicht Absicht! Zu allem entschlossen! Mit festem Schritt voraus! Ich hätte vorher noch mal speichern sollen vor dem Angriff. Auf meinen Befehl! Schnell! Sofort! Okay! 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 hier! Hier bin ich der Feind! Mehr davon! Los! Zu allem entschlossen! Auf geht's! Mehr davon! Los! Kampfbereit! Der ist tot! Das ist euer letzter Fehler! Auf mein Kommando! Weil er vorne stand! Vorwärts! Vorwärts! Beschlossenen Reihe! Sofort! Für die Freiheit! Zu allem entschlossen! Los! Los! Mehr davon! Los! Zu allem entschlossen! Los bitte! Deine geschlossene Reihe! Dann könnt ihr euch besser verteilen! Hier! Zum Angriff! Auf mein Zeichen! Und los! Und los! Mir nach! So! Und los! Wir können wieder das letzte Ding machen! Da runter schicken! Sofort! Schnell! Sofort! Schnell! Jetzt mal vorsichtiger! Und los! Oha! Kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Jetzt mal den Verkaufsspiel aus! Lasst sie nur kommen! Die Ahnen rufen uns! Ich höre! Kinderspiel! So! Kinderspiel! Nehmen wir da hoch! Das ist eine Falle! Ja! Folgt mir! Für die Freiheit! Dann hier alles zerlegen! Ohne den Zarkon! Das ist eine Falle! Wartet schon! Mann! 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 Kampfsenseiter! Als die Antwort ist vielleicht eine Schmerzenalter. Lass sie nur kommen! Hier bin ich! Lasst uns anfangen! Schon unterwegs! So! Erst einmal eine Mine! Das wird ein Meisterwerk! Und los! Und daneben eine Schmelze! Spuckt in die Hände Männer! Geht es los? Endlich wieder kämpfen. Ja, sofort. Schnell. Gut, dann ersetzen wir mal unsere paar Wächter, die wir jetzt verloren haben. Gibt es Arbeit? Und los. So, du bleibst schön da oben stehen. Ja, folgt mir. Bis wir alles andere geregelt haben. Vorwärts. Schnell. Mir nach. Kommt nur her. Bereit. Hier bin ich. Bereit. Limm mal das Oktakon. Schnell. Bestgegenstand. Sofort. Mir nach. Folgt mir. Mehr davon. Meine Oxt. Wartet schon. Geht es los? Die Ahnen rufen uns. Geht es los? Das ist eine Falle. Hier bin ich. Zu allem entschlossen. Mehr davon. Los. Geht es los? Endlich. Dann halten Männer. Kommt nur her. So, schließt die Reihen. Runenkrieger. Zu mir. Das ist euer letzter Fehler. Das ist euer letzter Fehler. Ja. Und los. Zur Ehre Aonius. Für die Freiheit. Das ist euer letzter Fehler. Für den Orden. Kommt nur her. Hier. Lasst uns anfangen. Einigkeit. Schon so gut wie erledigt. Hier. Sofort. Und los. Den Verteidiger noch. Wiederholen. Sofort. Sofort. Mir nach. Geht es los? Wir haben es geschafft. Wo ist der Feind? Die Seite. Leer zu machen. Ihr wünscht. Oh, hier ist auch Mondsilber. Aber die Mondsilberhalle ist groß. Eine Einheit wurde aufgewertet. Eine Einheit wurde aufgewertet. Schnell. Schnell. Und los. Sofort. Ach ja, stimmt. Ist das das Mondsilber? Nein, da ist Mondsilber noch. Wie viel freie Arbeitsplätze haben wir eigentlich noch? Oh, 15. Da könnten wir locker die wieder besitzen, die Gebäude. Hier bin ich. Mir nach. Zur Ehre Aonius. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Auf mein Kommando. Und los. So, hier ist der Kriegspriester und das Sanctuarium drin, was ich nämlich gerne hätte. Vorwärts. Kämpft, Männer. Mehr davon. Folgt mir. Zum Angriff. Mehr davon. Geht es los? Endlich wieder kämpfen. Ihr lasst euch zurückfallen. Kommt nur her. Die Ahnen rufen uns. So, das Sanctuarium. Äh, falsch. Lasst sie nur kommen. Dann packen wir hier hin. Und den Kriegspriester. Hier, weil das ist eine Magieeinheit. Er wünscht. So, das spawnen neue Soldaten. Nur zu. Folgt mir. Vorwärts. Folgt mir. Kommt nur her. Zu allem. Die Ahnen rufen uns. Kommt bereit. Vorwärts, Zwerge. Auf mein Zeichen. So, dann ziehen wir uns erst mal zu unserer Base zurück. Ich höre. Und los. Lasst uns anfangen. Kleinigkeit. Ihr Wünsch wird gemacht. Gibt es Arbeit? Ich höre. Kinderspiel. Was wollt ihr? So, ihr errichtet mir jetzt Sanctuarien. Äh, so. Vielleicht werden wir wahrscheinlich hier wieder Skelette, äh, Zombies spawnen um die Einheiten am Tor. Oh ja, da haben wir noch viel Spaß, bis wir da oben sind übrigens. Okay. Okay. Okay, irgendwie wundert es mich gerade, dass noch keine respawned sind. Das Brotsilber hier erholt sich ganz langsam. Oder wir spawnen jetzt wirklich keine mehr, weil ich den... die Gruft vernichtet habe. Wäre natürlich praktisch. Was wollt ihr? Ich höre. So, ihr? Kleinigkeit. Gibt es Arbeit? Abwählen wollte ich euch nicht. Ich wollte, dass ihr hier auch noch ne Mondsilbermine errichtet, wo ich nicht errichten kann. Oh doch, ich krieg sie richtig gedreht. Kleinigkeit. Schon so gut wie erledigt. Krieg ich sie da rein. Gut. Wenn wir dabei sind, machen wir nochmal sechs. Dann richte ich hier oben auch gleich noch ne Eisenproduktion. Ihr wünscht? So, kriegst du ein Schild und leichter ist es gegen Magie, jeder Art. Wir haben eine Hunde ausgewertet. Da sage ich nicht nein dagegen. Spuckt in die Hände, Männer! Präst du mit einer Rüstung, kriegst du am Magiestab. Halt verbindete Einheiten in der G-Bog. Ja, das ist super. Lasst uns anfangen. Super praktisch. Jawoll. So, ne Miene. Schon unterwegs. We�. Musik. Vielen Dank.